Wir sehen uns dann in Sovengarde. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Leerboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Fessel? Wo? Hier. Wir können euch Dunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Keine Sorge. Nehmt euch Dunjas Ausrüstung. Es ist keine Schande, sich die Axt eines Freundes zu bauen. Besuchen. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Was macht? So. Oh, okay. Okay, habe ich schon. Ich fang doch lieber mit dem Besen. Kann mir mit dem Besen. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Ja, die ist verschlossen. Versuch mir es mal beim Tor. Du machst die Gerüche schon. Geht weiter. Entdeckung. Öffnet dieses Tor. Woops. Sorry. hat er nun ah so funktionieren kaiser nein also mein pfeil lassen ok nämlich hier stehen wir nun mit einem schluss auch hätte ich glaube lasst mich erst mal wenn ich aber dann habe ich ja rock an mit echt nur rock an kommen wir mal sehen ob er diese türen öffnet es geht auf das wäre es nehmen kessel nein sind vorher geht es also so finde ich das spiel ja nicht so der brüller aber das doch schon verdammt dieser drache ist aber hartnäckig funktioniert es funktioniert ist das geil hier irgendwelche zaubertränke finden können wir werden sie okay Ok ich weiß nicht dass da wer wird und die ganze klobe abbefliehen weil ich mir hier immer um 180 grad gedreht habe ja das jetzt steht das brot brot ich will das ist schon ein bisschen nehmen zeit ok ok up up ninja ich werde mich umbringen wir wissen dass ich Kaninchen nehme du liebst noch junges scheiße wieso liebst noch es sieht so aus als wäre etwas in diesem käfig es ist abgeschlossen seht zu ob ihr das knacken könnt möglicherweise brauchen wir das gold hier rauskommen schnappt euch etwas nützliches so mal anderes Kleidung wo läuft du trich auch mitnehmen geschichte ist immer gut okay okay und jetzt kann ich mag ihm auch naja drinnen mein aber es bringt augens punkte werden wir aber nix laufen wir auf hier so mies doch bitte da schon mal ein schlösser knackengut das wird Ah ok, durch Knochenmehl, ist man vergiftet oder was? Ach, halt doch mal die Klappe Ich habe noch mal eine Gehirnzeige Ja, halt doch mal die Klappe Ah, halt doch mal Ok Ich habe noch mal die Klappe Ich denke, wir zur Hand legen Aber nicht Wieso kann man das nicht? Ah Wann weist es nicht? Ok Ich habe noch mal die Klappe viel lauter zu warten bis general tools hier ist schnappt ihr euch was zu mich verarschen kann ich aber den scheiß da ablegen nein immer noch nicht aber wieso kann die den scheiß hier ablegen ganz ehrlich also nicht spät steilung ich habe da unten ist der kleiner ohne ja und wie viele feier versammelt mich verarschen jetzt habe ich nicht rausgeworfen da hätten wir die klopfe die störung ist unterste kanone da hätte man die klappe das ist ein anderer Pfeil vielleicht doch die Klappe der, das, der, das, der muss es auch noch ein paar Pfeile haben hat die Klappe mal sehen, wo das hier hinführt was 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 Untertitelung des ZDF, 2020 er sagte kommt schon dann wozu die eile will ja mich verarschen wo ich bin ja schon hier willst du mich verarschen wo wurde nun und zack na doch der will mich verarschen auch den scheiß soll meine ich hasse diese verdammten biester aber dann ist aus viel zu viele ja hier findet er noch ein fein Eeeeee die feuer weg ohne schlecht ok fangen wir bloß in den bernern so viel immer kleidung und weniger ja ganz schön ihnen mitgegeben finde ich auch mein pfeil wieder haben die zähne nein natürlich nicht das ja ja mit zwei schüsse zwei treffer also kommt schon ganz ehrlich das muss mir jetzt mal jeder nachmachen oder ist doch schön